Jo, hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer Einaufnahme von Beast City. Ich kann schon wieder nicht reden, was denn hier passiert. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Der hat keine Energie mehr. Ich weiß auch warum. Folgendes. Müsste mal die Kabel hier hinten umlegen. Come on. So müsste das eigentlich passen. Ich wollte einmal ganz kurz nachgucken, wie viel Yu-Yu-Meter wir haben. Aber das mache ich erst gleich. Zuerst. Was wollte ich denn sonst? Keine Ahnung. Ja, es sind mittlerweile vier Tage vergangen, als ich das letzte Mal gespielt habe. Und ja, ich hoffe, wir haben einiges an Stuff zusammenbekommen. Und was will ich in der Folge überhaupt machen? Ich habe mir noch gar keinen Kopf gemacht. Ja, egal. Ich gucke jetzt erstmal nach. Okay, der große Moment. Dum, 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 dum. What the fuck? Alter! Ist mich verarschen. What? Jo, das ist dann... Ein bisschen heavy, würde ich fast mal behaupten. Alter! 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 800... 865 oder so war das jetzt, ne? Boah, WTF! Okay, damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ähm... Oh, boah! Das fuckt mich gerade irgendwie übelst ab, so. Ich komme mir gerade gar nicht klar. Ähm... Ich wollte jetzt gerade mal was anderes machen. Und zwar, äh, wollte ich mir ganz kurz etwas abgucken. Beziehungsweise nicht abgucken, sondern einfach nur gucken, wie der Block heißt. Äh, es gibt hier nämlich einen Block, der automatisch Cobblestones produziert. Nur kenne ich seinen Namen im Moment nicht. Und deswegen wollte ich gerade mal hier nachgucken. Igneus Extruder. Okay. Igneus, ich gebe das schon mal hier unten ein, damit ich das gleich noch weiß. Igneus... Igneus Extruder. Was ist denn das da? WTF? Ähm, ja. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Genau. Was ich mir so überlegt habe. Ich habe ja mal von so... Ein Solarpanel fünf Tage. Oder halt ein Solarpanel vier Tage. Zwei Solarpanel zwei Tage und so weiter geredet. Und, äh, das würde ich jetzt gerne in die Tat umsetzen. Ich würde mir gerne eine bessere Solarpanel craften. Und mir damit eine, äh, Jojo-Matter-Fabrik herstellen. Was bauen wir denn für den... Für das schöne Ding hier? Redstone, Glas und Eisen. Ähm, wie war das so? Ja. Äh, Glas, aber sowas nicht, wie ich das gerade eben angeordnet habe. Gehört nämlich so hin. Und dann brauchen wir noch Iron. Ähm, gut. Haben wir so ein Ding schon mal? Machine Frame brauchen wir noch. Äh, da... Ich finde das irgendwie blöd. Ähm, in der neuen Version von Feater Beast kann man einfach hier die Rezepte auf das Freiheitszeichen klicken. Dann werden die auch, ja, eingespeichert in eurem... im E-Feld. Also an sich ist das irgendwie nicht ganz so praktisch. Muss ich, muss ich ehrlich gestehen. So, Machine Frame. Braucht mal wieder Gold. Äh, äh, Zinn, Pisten und Glas. Machine Frame, Tin. Pisten haben wir noch einen. Und dann brauchen wir noch Glas. Und wo kam das jetzt hin? Kommen wir das hier hin? Jo. Ignorius Extruder. Das ist doch schön. Und ich glaube, der braucht nicht mehr Energie oder sowas. Der macht das einfach so von selbst. Ähm, dann brauchen wir jedoch noch Transport Pipes. Am besten auch noch Holztransport Pipes. Ähm, jo. Einen Engine müssen wir uns da noch machen. Die Electric Range nehme ich mal mit. Äh, den Recycler würde ich mir eigentlich gerade nochmal craften. Wenn das denn möglich ist. Ähm, Machine Frame. Was brauchte ich jetzt hier unten? Kann mir das mal ganz kurz einer erklären? Das würde ich nämlich gerne wissen. Einen Electronic Circuit. Okay. Äh, Electronic Circuit. Und dann brauchen wir noch Clean Stöhnen. Und dann haben wir einen Kompressor. Und den machen wir dann zu einem, äh, Erde. Erde. Achso. Ich hab hier irgendwas eingegeben mal wieder. So, Refined Iron. Und Glowstore brauchen wir dann dafür noch. Glowstore und das. Und dann haben wir schon... Hä? Falsch. Was hab ich getan? Achso. Okay. Ja, ein Item falsch gelegt. Beziehungsweise zwei. In dem Fall jetzt. So, Recycler. Geilo. Gut. Zwei Stück sollten an sich eigentlich ausreichen. Ähm. Ich, dann brauche ich doch hier mal ein Solarpanel ganz kurz, wenn das gehen würde. Jo. So, Perfekt. Und... Solar. Ich weiß nicht. Was für eins sollen wir uns machen? Hier das Advanced Solarpanel. Dafür brauchen wir ein Iridium, soviel ich weiß. Ein Iridium brauchen wir dafür. So, Iridium Ohr. Und das müssen wir compressen, glaube ich, ne? Damit wir, ähm, ne Iridium-Inget bekommen. Ne, einfach schmecken. Nein. Oder? Geht das das so? Ne, muss man compressen. Okay. Dann machen wir das doch einmal ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Ähm. Jo, was wollte ich jetzt noch gerade machen? Eigentlich wollte ich nur meine Solarpanel. Ich würde sagen, wir stellen uns ein Hybrid her. Oder ein Advanced, ich weiß nicht. Hybrid oder... Ne, ich glaube, das war ein Hybrid. Kein Advanced Solarpanel, ne? Iridium Engelt. Hooray! Ich habe ein neues Lieblingswort gefunden. Immer noch. Oder wie zwei... Ja, was heißt es? Gefunden. Ich habe immer noch das gleiche Lieblingswort. Den Namen Hooray. So. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir hier irgendwas gebacken bekommen. Und heute mal wieder ein bisschen vorankommen. Ähm. So. Advanced Solarpanel, das wollte ich mir machen. Genau. Keine Hybrid Solarpanel. Ähm. Glowstone Dust und Dualimeter. Okay, das Dualimeter, das hier kann ich schon mal lassen. Und dann brauche ich noch Glowstone Dust. Und jetzt brauchen wir hier einen Dualimeter. Und dann kriegen wir Szenarium raus. Äh. Irritant. Äh. Refinet Uranium. Haben wir überhaupt Uran? Eins. Wow. That's so much. Wie war denn das? Mussten wir das auch, ähm... Das Refined Uranium, mussten wir das aus, äh... Uranium einfach in Kompressor, war das so? Ja. Okay, dann machen wir das auch nochmal schnell. Müssen wir uns endlich mal selber... Stimme. Ähm. Wir müssen uns endlich selber mal einen Kompressor machen. Ähm. Ich bin immer noch ein bisschen kalt... äh... kalt. Ich bin immer noch ein bisschen erkrankt und zur Zeit eigentlich überhaupt nicht so gut. Ähm. Mit, ja... Also ich bin zur Zeit nicht ganz so gut drauf. Also äh, nicht drauf, was was... Aber ich bin scheiße. Ich bin nicht zur Zeit so... Wie nennt man das? Gesund? Gut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh... Hab ich halt... Die ganze Zeit irgendwie Fieber. Meine Stimme ist die ganze Zeit im Arsch. Ich hab Schnupfen. Und war jetzt erst beim HNO und hab mir meine Nase verlötet. Und lauter so ein Zeug. Und ist einfach... Ja. Ist nicht so toll gerade. Aber muss man halt durch, ne? Hm. So war das jetzt. Ja. Irridant Iridium. Ups. Da wollte ich nicht hinklicken. Hm. Was hab ich denn jetzt gemacht? Jetzt hab ich mein Chemiespec verdoppelt. Das wollte ich nicht. Äh, mein Ender-Pouch verdoppelt. Was mach ich jetzt mit dem Recyceln? Ja, müssen wir etwas recyceln. Ähm. Genau. Wie war das jetzt? Lass mal kicken. Reinforce Glass. Bauen wir Glas und Advanced Alloy. Ich wette mit euch, es scheitert am Glas. Ja, war ja klar. Okay. Dann bauen wir Sand. Und daraus machen wir uns dann schnell Glas. Advanced Alloy und... Glas. Irgendwie total komisch bei den Power Furnance und so. Bei manchen Sachen kriegt man XP und bei manchen Sachen kriegt man keine XP, wenn man rausshiftet. Also irgendwie nicht ganz so logisch. Ähm. So. Ähm. Reinforce Glass. Das hier. Das hier und Glowstone. Okay. Das freut mich schon einmal. Ähm. Stopp. 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 Hier wollte ich hin. Und dafür brauchen wir so eine... Und dafür brauchen wir so eine... Ah. Stopp. Zurück. Zurück. Was mache ich denn? Hier. Äh. Iridium Iron Plate. Dafür brauchen wir nochmal Refunded Iron. Ähm. Dafür bräuchten wir generell nochmal Refunded Iron. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben, aber es sollte sich reichen. Ähm. Iridium. Und Refunded Iron. Jo. Passed. Perfect. Super. Stopp. So. Warum habe ich das gerade verdoppelt? Ich weiß nicht. Ähm. So. Das kommt hier hin. Das kommt da hin. Und brauchen wir noch Lapis. Nennt Diamant. Redstone. Und dann kommt da außenrum noch Lapis. Was ist denn jetzt los? Warte. War das jetzt falsch? Achso. Ja. 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 Es war falsch. Okay. Dafür brauche ich noch Carbon Plates. und Advanced Loy. Und wie waren die jetzt angehautet? Ich hoffe mal so. Und das andere wäre jetzt eher blöd. Passt. Reinforced. So. Tada. Perfekt. Junge. So. Das hier kommt hier oben hin. Und dann brauchen wir hier unten noch Electronic Circuits. Aber am besten Advanced. Aber haben wir nicht mehr. Das heißt, wir brauchen normale. Lapis, Glowstone und Redstone. Redstone, Glowstone. Ich hacke hier voll auf meiner Tastatur rum. Und Lapis. Redstone. Glowstone und Lapis. Und so ein Ding hier. Zack. Das ist doch perfekt. Ähm. So. Das kommt dann dahin. Und was wird jetzt noch? Advanced Loy. So. Das sieht doch schon mal sehr schön aus, meine Freunde. Advanced Solar Panel. Das ist, was wir wollen. Und das duken wir uns jetzt ein bisschen. Ups, was hab ich denn jetzt gemacht? Auf die falsche Taste gedrückt. Ups. Ähm. Wie viel machen wir uns? 16 Stück. Wird eigentlich reichen, oder? Fürs Erste zu müssen. Okay, komm. Komm, machen wir so. Machen wir so. Ähm. So. Und wo bauen wir jetzt unser Ding hin? Unser Ding. Unser Ding ist hier. Jo, ne Frage. Ähm. Zuerst bräuchten wir einen Pistolen, was wir jetzt nicht mehr haben. Dann craften wir uns den doch mal. Äh. Eisen und Redstone. Und Redstone. Die Holzdinge kann ich gleich behalten. Ich möchte nämlich gerne ein paar Sticks haben. Und die Sticks machen wir dann zu Gears. Und dann haben wir hier ein paar Redstone Engines. Drei Stück. Ja, gut. Sollte... Oder? Äh. Reicht eigentlich nicht. Ne. Äh. Habe ich jetzt keinen Pisten mehr? Doch. Stimmt, dann in Gears hat es, glaube ich, gerade gehakt, gescheitert. Und so... So. So. So.